Wollt ihr den totalen Slums? Sonnenschein? Sonnenschein? Sunshine! Und er macht nen Dropshot auf die Bombe. Oh, B-Spot. Alter, Schwede! Auf den Händen, Alter! Ich hab dem ne Salve gegeben. Nice. Ich hab ihm gegeben, Alter. Das ist voll Türke. Warte, ich stunne um die Ecke. Dann pushen wir gleich rein. Der hat ne Taktikmaske auf. Das ist verboten. Da war noch einer rechts in der Ecke. Da war noch einer rechts in der Ecke. Doch, der Stato. Hast du den Stato? Ja, nur angeschossen. Der pusht rum mit Pistol. Hinter mir. Hinter mir, Doc! Ah, fuck, wo bist du denn? Alter! Oh, du wichst. Was bist du denn für ein Wichse? Jetzt steht die ganze Zeit nur so da. Das ist ein Arschloch, ey. Das ist ein Arschloch, ey. Echt? Ja, keine Ahnung. Ich wollte auf den Schließen, dann warst du mir im Weg. Ja, ja. Ich hab auch einfach abgedrückt. Der Cleary, der hat ne Salve gespottet. Das macht ihm nix. Spottet seine Leitung. Ja, ja. Alles klar. Gommel. Echt. Raus rechts bei Werkstatt. Bring den Stunt. Stunt vorne rechts durch. Die sind rechts durch. Friedhof ist einer. Friedhof ist weak. Einer in der Werkstatt. Bombe rechts außen gedroppt, ne? Einer an der Mauer. Oder? Der ist A-Street, A-Street. Oh lol, wo kam der hier her? Von wo? Von links Street. Oh, zwei Stück noch bei Blue. Vor Blue waren die. Oh Gott, oh Gott. Ja, beide Scheiben sind kaputt. Äh. Ja. Na, wir sind scheiße hier am stehen, weißt du? Was soll ich zur Situation sagen? Die ist voll verkackt, Alter. Wo soll ich denn hingucken? Ich hab nix gestumpt. Ist nicht mehr lustig. Die Situation ist kritisch. Was für'n geiler Headshot, Alter. Da, blub, blub, blub. Oh genau, Mann. Der muss richtig hoch sein. Der Bombe ist recht gedroppt, ne? Ja, ich weiß. Ich will. Der ist mehr als hoch. Mann, die Situation ist scheiße für mich hier. Ich will. Ja, geh doch Billiards oder Werkstatt. Ja, genau. Ich geb Billiard. Sauber. Super. Ich camp ihn weg. Ja, das kannst du eh am besten. Ja, ja. Genau. Und sprayen. Ist das nicht so? Ja, wenigstens ist das effektiv. Oh, es hat n Donut. Triple Donut. Mit Streusel drauf sogar. Eigentlich ist n Donut ja 0 zu 8 noch. Also. Was? Hä? Klar, weißt du. Also für mich ist so n Donut. 0 zu 8 kann's gar nicht sein, du Arsch. Ja, das gibt's hier halt nicht. Kannst du mal auf'n schießen, Alter? Meine Fresse. Ich hab ne Granate hinter'n Basebot geworfen. Ich war verhindert. Vor'n mir, vor'n mir. Guck jetzt nach vorne. Guck nach vorne. Der ist zur Statue gelaufen. Guck mal in der Fliegel. Ja, ich guck. Bei Blue. Ah, fuck den Blue. Ich glaub da ist beim weißen. Beim weißen Auto hier vorne. Japanisch, was machst du da? Wer ist denn da am Arsch der Welt, Alter? Wer ist denn da am Arsch der Welt, Alter? Da besteht wieder einer da, Alter. Ja, ja. Die vermehren sich da wie die Kanickel. Wer kommt hier? Was ist denn hier? Ja, geht aber Richtung unserer Spawn hinten. Wir kriegen schon Billiard einfach. Geh Billiard, geh Billiard, geh Billiard, geh Billiard. Du bist jetzt eh beim Planten getötet. Nein, werd ich nicht. Das ist gutes Kammer. Und jetzt ist er nämlich in der Werkstatt drin und ich hau ihn weg. Komm, ich hau dich weg. Komm, 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 komm. Komm. Komm schon. Der ist recht, Kati, recht. In der Ecke da, ja. Ah, komm her, du Sau. Mach den Friedhof. Oh, der ist da. Ich bin weak. Fuck it. Also, jetzt wird's nochmal kritisch. Alter, Cutlin! What the fuck, man. Geht zur Bombe, los. Ich helfe bestimmt schon. Was ihr für Lappen seid, Mann. Da rennt er ja viel schneller, der Kati. Sauber. Kein Donut mehr. Aber meine Prognose war nicht so schlecht. Kannst du mein weibliches Geschrei bitte ausschneiden? Nein. Oh, vollstern, vollstern vorne. Kann ich nach rechts gucken? Kann ich nach rechts gucken? Jetzt meine ich rechts, kann rechts gucken. Oh, von dem Askeek kam der, ne. Oh, da war der Klaute auch. Oh, da war der Klaute auch. Eine Backstatt drinnen noch. Boah. Man braucht's fern. Das war's fern. Jungs. Aber es war's fern. Woah. Der Blackscak ist nicht locker. Aber ist es wär's gefangen. Dubai waren gewechselt. Aber es hat funktioniert. Yes! Du krankes Stück Scheiße, Mann. Was ist heute los mit euch, Mann? Echt. Das wissen wir nicht. Aber es funktioniert. Oh mein Gott, sind wir so behindert. Du kennst mich gar nicht. Wann hat er das letzte Mal gesagt? Sorry. Was? Wann hat er das letzte Mal gesagt? Mannisch, kommst du rein? Du kennst mich gar nicht. Seht's aus, als würde ich nicht reinkommen, oder was? Ja, du kommst ziemlich spät rein. Ja, dass ich ganz vorne bin. Bitte mich nicht abschießen jetzt, ne? B nichts gestunt. Bitte nichts gestunt. Ich bin Fullstun bei A. Hab auch einige Stunt. Oh, blau, alter. Ah, top, ah, top. Ich bin bei A. Ja, was ist denn los? Sind blau bei auch noch einer drin? Soll ich mich hier aufsplitten, oder was? Ja, der ist auch wieder hoch gerannt. Echt? Zwei Millionen Einzelteile. Ich schmeiß da einen Nade. Der ist bestimmt schon dabei. Und du? Ein Zug. Ja, der sitzt rechts in der Ecke bestimmt. Auf den Zug ist einer. Ah, im Zug auch. Ah, top auch noch. Ah, top down. Ah, top down. Du und zu. Oh, fuck. Bei mir schon. Einer noch. Uno an Uhr. Uno. Der war Leiter rum unten. Der war Leiter rum unten. Da ist er. Ah, komm, ey. Aber du kamst deine Nade nicht an, Doktor. Was? Dann kam deine Nade leider vorhin nicht an von Lila auf. Der hat sich da ja vorher schon reingehockt. Wer macht da einen Rotpunkt auf der MSMC rauf? Oh mein Gott. Am Furfen. A, go. Ja, gut. A, A. Oh, ihr seid so langweiler. Bisschen langweiler. Nicht auf die leichte Schulter hier. Ohne Witz. Einer ist Lila. Wir haben kein Backup mehr, ne? Dann gestunnt und fullstunnt. An der Treppe unten. Pardon, ich guck mal nach hinten. Oh. Krass. Einer Lila. Äb. Naaah. One on one. One on one. Der ist das letzte, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Trau dich. Zug kommt, ne? Zug kommt. Ich weiß. Zug kommt. Zug kommt. Ich weiß. Lila Scheiben, älter. Lila Scheiben, älter. Ich weiß. Wir haben die Bombe. Da ist er. Oh mein Gott. Ah, er. Ja, ich weiß doch. Wende doch einen. Wie wärs mit? Lass ihn spielen. Oh mein Gott. Oh nein. Oh fuck. So. Du hast daneben gebratzt. Ja. Aber zwei Salben haben getroffen, ey. Okay, das wird jetzt echt nicht mehr lustig. Ne, Mann. Guck's dir mal an, ey. Er hat's dir voll gegeben, Alter. Ja. A oder B. Hä? Wie wärs mit? Verteidigen? Hallo? Not funny. Nichts gestunt. Mitte nichts gestunt. Auf A kommen Stunts wieder. Ja. Ein. Ah. Ah. Ich fahr grad. Ah, doch. Ja, einer noch dahinter. Ist egal, der Start, Mann. Band, die sind schon wieder durch hier bei A. Das ist Assi. Boah, das. Oh. Geh nicht da lang. Geh auch hinten rum. Hol den dir jetzt. Ich treppe mal einer. Ja, genau, Alter. Genau. Ist wieder eine geile Leitung hier. A oder B. Cartman. Ah. Seelen auch wieder eine totale Scheiße zusammen. Mal. Bombe acquired. Ja. In welchem Mittelflug. Fall instant um von hinten. Naaaah. Two and two. Einer kam schon von hinten. Mit MP. Wie. Wo stirbst du da eigentlich immer hinten? Ja, genau da wo Doktor jetzt steht. Nur auf der anderen Seite. Warum? Du standest doch mal mit nem Stein. Ist doch falsch. Fisch. Willst du auf B drauf oder was willst du machen? Fisch. 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 Bleib zusammnn. Alter, hast du den angeschossen? Nein. Alter! Wie ich denn da hätte umgeflogen. Gott sei Dank gut. Von Burt. Oh, Punch hat mal getroffen, guck mal eine an, ich passe. Nächster Angriff dann auf B. Oh, Kai. Geh mal auf A mit drauf, ja, mit MP. Jo, dann bin ich, dann bleib ich hinten. Wir retten das jetzt. Ja, auf B. Ja, B gestern. A auch stun. Ja, ich bin full stun. Oben im A-Haus drinnen. Der guckt, der guckt, Klero, pass auf. Ach ja, Burst-Knarre, der guckt, alter. Oh, PC von N, alter. War das der? Ja, der ist gerade der PC-Typ. Der liegt, Bombe, der liegt. Der liegt, Bombe, der liegt. Der liegt. Zug rein, Zug rein, Zug drin. Immer noch, A top. Auf den Gleisen. Ganz weg. Der ist noch eine. Der ist noch oben im A-Haus. Der ist unten, Leute. Da war der Doktor aus. Schönes Ding. Bammes, ne, meine Freunde. Bommes, Alter. Wir machen die platt, Mann. Jetzt B, hab ich gesagt, oder was? Ja. Wir machen das auch spawnabhängig. Der, wo am vordesten spawnt, der geht auf den Spot. Mit dem, wo er als Zweike spawnt. Doktor auch? Weiß egal wer. Die, wo als erstes da sind, müssen als erstes dann. Sonst funktioniert es nicht. Geh runter. Geh runter. Also ich bin als erstes, ich stunne, ich renne durch. Geh runter. Gestunt. Alter, das ist schon einer oben, ey. Vorne noch einer gestunt. Wünschen ist noch einer. Boah, oben noch. Wenn, oben, drinnen, oben schon. Hab ich. Weg da, weg da nicht. Ein oder, two on one, two on one jetzt. Geht doch durch und legt auf den A-Spot. Ja. Machen wir auch. Ja, dann komm. Mal nicht so hektisch, ich hab Zeit der Welt. Red dich auf jeden Fall. Oh Gott. Das war sauknapp. Wirklich? Wie, wie kam denn der Typ jetzt so schnell da hoch? Der kam über den Zug. Nee, der kam von unten die Treppen hoch. Hast du gesehen, Theo? Treppen? Ja, der kam, äh, Info ganz normal hoch, so wie ich gelaufen bin. Uh, ah, ah. Kati guckt, dass du dich mal ganz definitiv machst. Irgendwie. Ja, komm zu den Steinen bei uns da vorne. Das haben wir immer so gemacht vorne. Ja, gut. Umzug, umzug. Ah, shit. Der ist weak. Leiterraum. 2 on 1, 2 on 1. Von hinten kam noch keiner, der könnte von hinten kommen. Aber der von vorne hört. Ah, lieber. Oh Gott. Jawoll. Schönes Ding. Geht doch, Mann. Ich hab grad noch so gedreht, Alter. Oh mein Gott. Boah. Was für ein Drecksmatch. War das jetzt, war das jetzt die erste Map? Nee, das war jetzt noch nicht. Ja, das war jetzt noch nicht. Ja, wir haben noch 4 Mohn gewonnen, glaube ich. Oder 4-1, keine Ahnung. Das war knapp. Das war jetzt das letzte Match für mich heute. Äh, was? Ja. 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 Ja.